Bist du noch damals? So stimmt, der war ja auch Pissen. Egal, dann machen wir doch ein bisschen weiniger, weiß ich weiter. Oh Gott, was mache ich, was mache ich, Challenge. Hi, Braun. Slow roll. Ne, machen wir jetzt einen Cut. Ah, der Empyreuer gleich zu bald. Und der Moon. Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Oh, das nimmt gut aus. Ah. Ah. Oh, Box und Stuff. Hm, ich mach mal ein bisschen Musik hier an. Wollen wir denn? Läuft. So, the moon is loveless. Hm. Joko. Hopp. Jetzt wird sich eingelassen. Egal welchem Game es ist. Du rockt, 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 rockt. Ich bin ne coole Sau. Ich bin rechner Pim. Du filmst das scheiße. Geh mal Karten für geh. Deine Meinung ist mir sowieso scheiß egal. Hm, kleinen Moment meine Lieben. Bei mir spackt es gerade ein bisschen. Hm. Geh mal Klauts. 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 Oh. Geh mal Klauts. Geh mal Klauts. Keh mal Klauts. oh cool, der empress das ist ein witz ich wurde jetzt beim boss getroffen das hat mich 99% für ein Devil Deal gekostet den boss wird draußen nicht getroffen werden, alle anderen ist rutsch da ist sie nicht so schlimm, aber im bossraum gehts ja so gut wie eins oder ne? ach ist auch nicht so schlimm, wozu hab ich nen Joker? der Joker ist aber gut ach okay, dann tut es Leander und das cool ist, das bekomme ich die Kappe äh hammered on the sun der Firm Court wiii hey keiner das ist ja eine Runde von vorhin mit den geilen Items mit äh Split Shot und Double Shot das war einfach Ultimo und dann noch den Masturbations Shot ja den sowieso also mit anderen Worten der Facial die Stichwort wir gehen hier gerade auf die Gefährdniss Terran der hat mich angepupst bis ich bin zur Seite geflogen Ja, jetzt ist es übel. Ehrlich zu den Strategie? Spaß. Fuck physics, einfach an der Wand entlanglaufen. Ach komm schon Schwerkraft, du warst mal cool. Cool? Ja. Ich hab noch mal nen Joker bekommen, falls ich den Devil D jetzt nicht bekomme. Joker High. Yeah, Joker High. Mhm. So, wenn ich jetzt... In deiner Mama. In your Mama. Du bist dann die Rückgeburt, der neue Teil von Binding of Ice-Ham. Birthback. Afterbirth Plus. Ja. Nein, der danach Afterbirth Plus kommt, ist dann Birthback. Du wirst zurückgeboren, kriegst also wieder in Mama rein. Ach, da gibt's auch einige Charaktere, bei denen das sogar so aussieht. Bei The Greed zum Beispiel sieht das so aus. Ich hab drei, schschsch. Weiter Klaus. Weiter Klaus. Weiter Klaus. Oh, der hat einen, der hat ja, der befehlt gleich seinen Drachen, was ihn töten soll. Oh. Heinrich das jetzt? Wie geht's ab? Das macht wirklich eigentlich, was ich edition von Youtube aus? lord. Ich bin sicher auf dem nicht. gekommen bin, bevor ich den Stream starte, Brutal Legend erst mal Probelauf starten zu wollen. Warum? Weil es erst mal wieder drei neue Komponenten von DirectX ziehen muss. Also ich habe mittlerweile so viele Spiele, die damit agieren gespielt, dass es bei mir nicht mehr nötig ist. Bei mir agieren so ziemlich alle Spiele, damit trotzdem brauchen die manchmal noch eigene Arten. Ernsthaft, dass sie im Special Edition auch noch mal extra Komponente gezogen, obwohl ich direkt X11 schon auf dem neuesten Stand habe, sieht der gerade zum Beispiel DirectX 10 noch mal mal einige Teile. Die Installation BD Resist Package, Installation von DirectX. Bäh, leck mich doch. Nen, danke. Doch nicht du! Ich rede von Windows und DirectX. Warum habe ich keinen Linux? Weil es scheinbar ist es. Was? Gönnen wir die Linux. Warum sollte ich? Warum sollte ich es nicht? Wir hätten vielleicht jemand damit arbeiten müssen, wenn ihr als Informatiker arbeitet. Da wirst du auch mit iOS arbeiten dürfen. Hm, voll schon wieder. Hat mir jetzt mit der Schule gereicht. Gestaltungsgymnasium. Bei uns müssen wir Macbook nutzen. Wofür ist das jetzt? Das ist gerade eine Stimme von Brutal Legend. Das ist einer von diesen Startscreens gewesen. Hm, und ich habe jetzt noch The Pact. Ich sehe gerade üß krass aus. Was? Haha, Leute. Kurzfilm von Jack Black. Natürlich. Wir hätten jetzt echt die ganze Reine Anlage. Wir hätten jetzt echt die ganze Reine Anlage. Hm, Alex wärst du dabei? In 1-2 Stunden noch. Was denn? Wo ist denn Schell? Hm. Weiß ich nicht so ganz. Ich bin noch 2-3 Stunden. Hm. Woah, shit. No, no, das ist an mir. Oh man! Tino kannst du es nicht langsam machen? Das geht nicht, weil sonst... Äh, ansonsten geht es weg! Oder warte, dann höre ich euch aber nicht mehr. So ist es euch. Ja, finde ich auch. Ja. Ja, Alex, ich weiß nicht, ob du es von einem mitbekommen hast. Würdest du da mitnehmen? Was ist ein höchster Charakter? Ähm... Also alles im 170er Bereich. Ja, das ist so ne Zuss. Hä? Aber es ist zwar schaffst du ja trotzdem mal auch... Ja, ne, ich meine, was jetzt noch für Run... Ich bin die dabei. Wer ist das? Was ist das? Ich bin die dabei. Was ist das? Also alles im 170er Bereich. So geil! So geil! So geil! Du hast so'n kleinen Minifilm am Anfang von Brutal Legend, wo der in den Plattenladen geht. Nur um diese Brutal Legend Platte zu finden, die schon übelst abgenutzt aussieht. Und dann steht auf der Platte nur noch Press Start. Ja. Lol. Das ist so geil! Das ist... Das sind so... Jack Blacks Hände daneben total ungeduldig, die dauernd auf den Start-Button klicken. Und nebenbei noch trommeln. Ja. 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 Ja, hab ich jetzt zu... Ah, cool! Nein! Scheiße. Aber egal. Vielleicht war es besser, als ich das nicht eingesammelt habe. Bah, shit... So, jetzt habe ich Brutal Legend erstmal wieder zugemacht. Was? Doch, aber es geht darum, dass ich den Streamers dann in dem Moment noch mal machen muss. Ich habe nur halt extra einen Vorstart gemacht quasi. Grundy, kill you, death! Grundy hat keine Ahnung, wie man spricht, weil Grundy tötet dich tot ist Bullshit! Solomon Grundy, Born on a Monday, yeah! Fuck me! Wir kennen Grundy alle. Solomon Grundy, Born on a Monday! 1, 2, Freddy, komm vorbei! 3, 4, verriegelt die Tür! 5, 6, es rückt die Hex! 7, 8, gleich ist Mitternacht! 9, 10, wir wollen nicht schlafen gehen! 1, 2... Das müsste man als 10 Stunden Version von den Kindern, das ist ein bisschen creepy! Mit richtig dicken Echo hinterher! Echo! Hallo! Echo! Hallo! 21, 25, ich bin gemerkt! 25, ich bin einfach im Hintergrund! Auf geht's! 97, ich bin ja. 46, ich bin ja hier. Und die Dase-Reiter, ich bin doch, ich bin egal! 5, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 7, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 8, 9, 9, 10, 9, 9, 11, 11, 12, 13, 13, 14,然後, killing es mir ja auch mit dem soapbox... let's kill guang chi ja ich glaube die foto bekommen übrigens wenn ich gleich brutal legend streame bin ich auch nicht mehr hier im dings discord aus dem grund über den chat bin ich erreichbar und quatsch da auch gerne aber da soll halt außer meinem gelaber keine andere stimme als die von jack black mit drauf weil eben da ist nämlich auch ein haufen heavy metal und rock'n'roll mit drin der so hat nicht perfekt werden also bis nachher ansonsten morgen abgeben davon haben wir uns ja gestern schließlich bis übermorgen verabschiedet also was reden wir überhaupt mein ding dong mein ding dong schlimm dass ich weiß wie es weiter geht ja du hast die ding ding the gesagt das ding 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 nein ding 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 der aus sagt schon aus so anmeldung händen strumpfhosen als er sich auf chinesisch versucht zu verabschieden was davon sind drei hier hat mich voll gespermt auf jeden fall eklig lass mich doch in ruhe klebt mich doch nicht zu ich habe relativ gutes hier bin jetzt gleich bei mom und dann habe ich die challenge geschafft und dann heißt es also solche dreck sohn die ich gerade kriege ist aber egal gut bin dann mal ausbissern du bist meine fette elfe max bist du noch da nope ist noch nicht auch nicht schlecht nicht schlecht nicht schlecht wenn du jetzt denkst hey verarscht du mich dann hast du leider weg bei so einer fette neffe wie dir da wird nur noch schlecht keine die 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 das jetzt The Empress Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ich habe gesagt, jetzt kriegen wir a Schickmaschum. Ich will nichts riskieren. Gibt die Trophäe und lasst mich wohl. Super Fan So, hier beende ich jetzt mal kurz, weil That for Canon muss man für Großer Isaacs